Oh, wo kommen wir jetzt hin? Free Fallen. Aber ganz langsam. Ich auch nicht. Sehr Professor Leitman inspiriert. Ja. Sie wussten es ja nicht. Das tut echt in der Seele weh. Tod? 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 Du bist der Feind! Du widersprichst dich. Du hast gerade gesagt, du hast die Wahrheit entdeckt hinter der Stadt. Aber nein, du hast die Wahrheit nicht entdeckt hinter der Stadt. Na bist du nicht süß? Die Musik ist episch. Was ist denn nur in deinem Kopf? Warum willst du mir denn die ganze Zeit erzählen? Das ist kein Beweis. Eine Notiz. Es scheint ein Verbrecher zu sein. Geständnis-Video. Er spricht darin über seine Mundes. Am Ende wird gezeigt, wie er von einem... Wie wir physikalische Besonderheiten... Dude, I don't know. Dass es einen Austausch gab. Dafür gibt es null Beweise. Nach dem Experiment zerstört. Durch die Hände der Forscher, die ihre Fehler erkannten. Die Hoffnung hätte ich ja auch gerne. Niemand wurde getötet. Der Professor schon. Es ist schwer, das durch das ganze Rauschen rauszuhören. Aber wurden die Bewohner des Kanalbezirks nur getötet? Wenn deine Schlussfolgerung stimmt, dann haben die Monkuli die Originalbewohner abgeschlachtet, richtig? Dann haben sie die Plätze in den Original eingenommen, ohne es selbst zu bemerken. Lass uns die Lösungsschüsse überprüfen. Ich weiß einfach, dass es dort Beweise gibt, Meister. Ich habe eh den richtigen, ne? Das Geständnis. Hier, da stirbt er ja. Brrrr. Ah! Ein Videotagebuch, so... Meine Schwester Charlie-Style. Das ist so bitter. Das ist so bitter. Das ist so bitter. alles untereinander, die Leute haben da gelebt, diese Homuncoli, nicht wissend, dass sie überhaupt nicht, ich will nicht sagen, nicht real sind, aber im Grunde So viele Menschen leben, einfach für was, für nichts, gestorben wovor hat dieses Phantom solche Angst ich weiß nicht ja, offensichtlich was ist der Grund für den nie endenden Regen im Kanalbezirk, es war Regenzeit, zur Stromversorgung um die Schwäche was ich aber nicht verstehe ist, wenn die Leute ins Haus gehen dann werden sie ja nicht nass oder es geht ja nur um Sonnenlicht ja, ne, unser Regen ist einfach nur ein Nebenprodukt sorry, ich bin wo landen die Totenkirche, Verlassenes Dorf Beerdigungs... das Verlassene Dorf Beerdigungsinstitut ist ja geil wenn es nur so wäre Wie funktioniert denn das aber, wenn irgendjemand jetzt an Herzinfarkt ich meine, die sind ja ewig jung und sowas aber wie funktioniert denn das, wenn jetzt irgendwo in den Slums, sagen wir irgendwer sich um Essen streitet und dann wird jemand abgestochen und der ist so oh nein, ich möchte nicht äh, das ich möchte nicht, äh, für Mord eingesperrt werden und dann rennen sie davon und dann wacht der Typ auf ich weiß nicht, ob das so funktionieren könnte aber okay na gut, das ist halt ein Videospiel da ist das so, na nein, hier hat das alles so funktioniert ich hab das Gefühl, in der echten Welt äh, wirklich, ich bin hier direkt neben dir ich weiß nicht ich mein irgendwie mach ich mir Angst ja oh was ist die Nahrungsquelle rot, regen, Fleischbrötchen rot, regen ich hab die Menschen gesucht ich hab, die sucht die Leichen aber da standen sie nicht und deswegen war ich so hm, hm, hm hab ich fast nicht das Richtige gedrückt aus lauter hm, das sind keine Leichen zum Glück hab ich sie nicht gegessen, Alter ja, ich weiß ja, ich weiß ich weiß nicht, ob das gesagt wurde oder ob ich es nicht verstanden habe aber gibt es überhaupt keine Möglichkeit diese Homokoli zu töten so immer wenn du sie auseinander teilst so von Kopf bis Fuß oder führen sie sich dann wieder zusammen oder ich hm oh, da ist ne Bombe oh, wie schön zu groß muss die dann aber nicht sein ah körperliche Anomalie dein anderer Meister die körperliche Anomalie was ist denn das bling das mh Blut der Bewohner ist ein Beweis für ihre Körperlinge das äh so das achso, ja das ro rosa rosa blut was warte das blut ist nicht aus künstlerischer Sicht so das ist was ich dachte das ist einfach nur aus kunst geschichtlich ey man das blut ist echt rosa warte dann sind aber die Detektive auch Homokoli gewesen also die Leichen die wir gefunden haben wo die gefressen haben und die Notizen die wir gefunden haben das blut ist pink in echt schönes Sound was was ich äh ich hab nicht groß drüber nachgedacht weil halt ich dachte das ist wegen nein Entschuldigung ja es ist es ist ein Danganronpa Spiel also von den gleichen Machern und dann und dann es kommt das ich dachte das ist aus Zensurgründen auch so und weil es cooler ausschaut ich bin gerade völlig geschockt heißt das Danganronpa dass die Leute dort auch alle Homokoli sind der die ganzen Leute die dort sterben waren das dann waren die ganzen waren die ganzen warte haben wir im Zug die ganzen anderen Detektive gesehen mit Blut ich kann mich nicht mehr erinnern weil den Zilch haben wir glaube ich mit Blut gesehen weil dann waren ja die ganzen Detektive auch Homokoli aber ich meine sie waren verbrannt im Zug deswegen weiß ich nicht mehr ob da über Blut zu sehen war aber ich weiß nicht mehr dass die Menschen Farah haben ich weiß nicht mehr dass sie die Menschen haben nicht mehr dass sie haben oder dass sie haben Haben sie deswegen nichts gesagt, weil sie so waren, oh, das muss da mit zusammenhängen? Okay, die haben das halt alles einfach hingenommen, oh mein Gott, das wäre echt cooler Regen, ich bin völlig baff, das ist ein cooler Weg, das einzubauen, muss ich sagen, das habe ich überhaupt nicht am Schirm gehabt. Juma, welches Blut kommt denn bei dir raus, wenn du dir wehtust, ich habe jetzt ein bisschen Angst. Okay, wenn nicht ich, wer sonst? Huch, so weit sind wir schon. Das ging aber ganz schön schnell. Und dann war ich weg. Yeah. Oh, Schlussfolgerung. So, neue Aufnahme gestartet. Regenwolkengenerator, was das denn, was wurde erforscht, nö. Huch, Entschuldigung, das wollte ich gar nicht. Unter welchem Vorwand wurde DNA gesammelt? Mann, schau, die armen Schweine alle, und dann sind sie gestorben. Ah. Oh, durchdrehen fehlhaften Homunculi durch. Wie stoppte Makoto die fehlhaften Homunculi? Ui. Doktor Huesca. Homunculi. What the fuck? In der Gegenwart. Oh, Mann, das ist... Oh, durchdrehen sie durch. Unter welchem Vorwand? Was wurde erforscht? Ups, das wollte ich nicht. Ich wollte A drücken. Das stimmt eh, ja? Homunculi. Und erforscht. Sonnenlicht. Ah, was ist das da? Wer leitet das Projekt? Ah, okay, schau. Ja, Sack. Und jetzt das da, das Sonnenlicht, oder? Nö. Hier, Bluttest. Und somit noch... Äh, hier das Sonnenlicht. Oh, Mann. Ist ja furchtbar. All diese Leute sind gestorben. Die... Die Kinder. Die Schülerinnen. Diese jungen Menschen alle miteinander. Und dann auch die alten Familien. Hunde und Katzen. Wahrscheinlich auch. Ich erkenne es an. Mit größter Liebe. Oh, entschuldige euch, dass es gehört als Zertur. Oh, 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 oh. Wirklich? Das kam so schnell, so plötzlich irgendwie. Wow, ganz viele Formeln. Ah ja, ich verstehe das alles. Ah ja, 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 ja. Kennt sich irgendwie aus. Möchten wir sagen, was zum Teufel da steht. Aber in Layman's Terms, also wie als wäre ich fünf Jahre alt, weil ich habe keine Ahnung. Ah, stimmt. Hallo? Oh, okay. Ja, schönes Bild. Ah, ich verstehe das. Weißt du, wieso haben sie eigentlich so viel auf einmal gemacht, anstatt mit je so anzufangen mit Einzelnen? So einen Menschen oder noch und langsam testen alles, weil ich denke mir, das wäre doch relativ schnell aufgefallen. Es wäre doch relativ schnell aufgefallen, wenn sie sie rausgelassen hätten, dass bei Sonnenaufgang die Leute durchdrehen, anstatt alle auf einmal rauszulassen. Das ist echtes Blut. Schau mal, schau mal, es ist rot. Oh, wie cool. Also, ich meine, es ist natürlich uncool, dass die Leute alle tot sind, aber man, das ist ja urtraurig. was ist denn mit diesem Spiel? Wer hat denn das geschrieben? Da hat irgendwer eine ganz sadistische Ader. Mann, ist das so scheiße, stell dir vor, du lebst in der Stadt und weißt nicht, dass du eigentlich, ist das nicht dein moralisches Dilemma? Sind wir in der TV-Sendung? Mann, Mann. Das ist auch eine sinnlose Existenz, irgendwie. Es sind aber die... Entweder sind die Detektive auch Homunculi oder es sind nicht die Leichen von den Detektiven gewesen. Sondern einfach nur irgendwelche Leichen, die angezogen wurden. Aber das wären ja dann... Sie mögen ja Menschenfleisch. Ich weiß es nicht. Egal. Nun, das ist abissal unangenehm. Wo kommt denn das jetzt her? Oh mein Gott, wieso bist du hier? Okay, ich gehe. Ich kann das nicht mehr. Ich bin weg. Bye, bye.